So, dann gehen wir schon wieder an die nächste Aufgabe, nämlich entschärfe Dukka Gasbehälter an verschiedenen benannten Orten. Also wir müssen insgesamt drei solche Behälter entschärfen. Ich würde sagen, dafür gehen wir in Gruppenkeile rein. Weil, wenn ich das so richtig sehe, in jedem benannten Ort ist so ein Gasbehälter drin. Also einen habe ich schon bei Lucky Landing definitiv gefunden und einen beim Vulkan. So, jetzt müssen wir nur gerade mal gucken, wie die Flughute an sich ist. Dann, wie immer, in eigener Sache. Ihr seht den Ladebildschirm, ihr wisst ja, Like nicht vergessen. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie weit seid ihr, etc. Dann, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne ein Abo dalassen. Wie gesagt, ich versuche jede Aufgabe zu machen, hochzuladen, so dass ihr es nachmachen könnt. Weil, wir sind ehrlich, jeder hat mal bei irgendeiner Aufgabe ein Problem oder muss nachgucken oder hat keine Lust groß zu suchen. Von daher ist es ja alles nur ein Geben und Nehmen. Und du siehst ja unten, der Code steht da. Zwei Zahlen sind schon da. Bei 260 Abonnenten haben wir da angefangen. Bei 270 kam die... Ne, gar nicht. Bei 270 habe ich die erste Zahl hingeschrieben. Bei 280 kam die zweite und so weiter und so weiter geht das Ganze dann. Also bei 290 kommt die dritte Zahl. Und wenn du genau wissen willst, wie das abläuft mit dem Gewinnspiel, einfach hingehen und in die Videobeschreibung gucken. Da habe ich nämlich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle. Und da erkläre ich nämlich auch, wie man den Code knacken kann und was man da genau machen muss. So, jetzt gucken wir mal gerade mal hier. Ich habe nämlich gerade eben selber geguckt. Wo ist hier der Bus? Ich weiß halt auch nicht, ob der nur für einen selbst da ist. Ich will gerade schon mal irgendwas holen. Jetzt wollte ich mich selber nochmal gucken. gasfelder wie gesagt die sind halt in jedem stadtteil muss man hört da unter dem tisch direkt entschärfen sagt also wenn er das piepen hört ihr müsst direkt dahin gehen um die entschärfen weil ansonsten geht die nämlich hoch so ich habe jetzt schon drei stück wie gesagt eine war doch bei pleasure plant definitiv hier im unteren da wo die paletten sind aber da könnte man eigentlich gerade noch mal hingehen waren die da die sind eigentlich da weggegangen ist manchmal gucken ob die jetzt immer noch da ist oder ob die jetzt quasi für mich aus dem spiel ausgeholt worden sind ja eh in der nähe dann kann ich mich mal gerade vorbeigucken da war nämlich definitiv ein aber ihr findet ihr lauft einfach durch benannte städte ihr wisst ja inzwischen was bekannte orte sind wir nämlich ein wenig verfolgt nämlich bekannte orte also benannte orte sind die orte wo überall name steht und überall da deshalb seht ihr auch so ein bisschen verteilt sind wir nämlich überall überall da ist halt so eine bombe versteckt mindestens also es ist kein problem die zu finden geht einfach im benannten ort nimmt dafür gruppenkeile guckt dass nicht zehn leute am selben ort also liegt nicht gerade nach tiltet sondern irgendwo anders hin wo gerade keiner hinfliegt und da werdet ihr safe eine finden ich gucke jetzt noch mal gerade ob die eine bombe die ich für mich gefunden habe auch hier noch mal ist sind oder für mich gerade den berg hier hoch ja das war die leichte aufgabe den berg hoch und dann möchte ich mir natürlich mal an allen bedanken bei allen bedanken die so fleißig und kommentieren sind am liken sind ich sehe schon wenn video online geht von mir so direkt 67 aufrufe erst mal kruise an die leute die da nicht wirklich schon supporten ob sie die aufgabe brauchen oder nicht und wenn ihr nur nach dem code auch kein problem aber auch das ist immer irgendwo support support immer gut so wie gesagt da hoch müssen wir so jetzt nicht zu lange hier aufhalten nicht dass der sturm wieder kommt oder irgendein dully vom gegner team vorbeikommt interessiert mich jetzt manchmal selber ob wir die noch so in der map haben oder nicht hier war definitiv einer ganz so gut fällt wieder runter so die bombe war hier also wenn man die einmal entschärft hat dann ist sie weg oder sie sind halt für mich jetzt alle weg aber hier war auch einer und hier stand die dann also genau hier wie gesagt hoffe ich könnte ich konnte euch damit weiterhelfen wie gesagt benannte orte sind wie lazy lagoon loot lake gott im city sollte spring streetel mosty fatal lucky landing überall wo der name steht da wird eine bombe sein ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen wie gesagt gerne ein abo dalassen in dem sinne würde ich sagen viel spaß mit den weiteren aufgaben und haut